Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch heute zeigen, wie ihr wisst, in Österreich ist heute das Zeugnis, also die Schulnachricht der ganzen Klassen verfügbar. Und ich wollte euch heute ein bisschen über mein Zeugnis erzählen. Im Vorhinein, ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Zeugnis, also ich habe mich um 5, 4 verbessert. Dann fangen wir gleich mal an. In Religion bin ich römisch-katholisch und hier habe ich eine 1. Das finde ich selber sehr gut. In Deutsch, vielleicht kennen es einige von euch, gibt es vertieft und grundlegend. Und in Deutsch habe ich vertieft 4. Das ist eigentlich auch sehr gut. In lebender Fremdsprache, Englisch, habe ich ein grundlegend 3. Das ist, es geht noch gerade. In Geschichte habe ich leider eine 4 bekommen. In Geografie eine 1. In Mathematik eine grundlegend 3. In Geometrisch zeichnen eine 4. In Biologie und Umweltkunde auch eine 4. In Physik eine 2. In Musik eine 3. In Turnen, also Bewegung und Sport eine 2. In Informatik eine 2. Und in bewusster Lebensführung eine 3. Und in technisches Textileswerken eine 3. Eine 2. Hier seht ihr es noch einmal. Eigentlich ziemlich gut, finde ich. Für meine Verhältnisse ist es sehr gut. Ich hoffe, ich konnte euch... Ich hoffe... Tschüss!